Meine lieben Kolleginnen, meine ebenso lieben Kollegen, wir haben in einem anderen Video schon über die Frage gesprochen, was bezahlt ein Mieter, nämlich im wesentlichen Hauptmietzins, Betriebskosten und Umsatzsteuer und was bezahlt ein Wohnungseigentümer, Betriebskosten, Reparaturrücklage, und Umsatzsteuer. Lassen Sie uns ein bisschen genauer nach den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes eben diese Reparaturrücklage beim Wohnungseigentümer ansehen. Die Reparaturrücklage ist nichts anderes als ein Sparen der Wohnungseigentümer. Sie zahlen gemeinsam in den Pott der Reparaturrücklage ein, um im Zweifel, wenn eine Erhaltungs- oder auch eine Verbesserungsmaßnahme notwendig wird, ausreichend Geld zur Verfügung zu haben, um diese bezahlen zu können. Damit ist es eine reine Sparrate und wie wir auch schon einmal besprochen haben, Umsatzsteuer los. Es wird auf die Reparaturrücklage keine Umsatzsteuer vorgeschrieben. Wichtig bei der Reparaturrücklage ist, dass sich der Verwalter der Wohnungseigentümergemeinschaft gesondert von den übrigen Geldern der Wohnungseigentümer aufheben, verwahren muss. Das heißt, wie passiert es in der Praxis? Er wird zwei Konten haben. Ein Konto für die Wohnungseigentümergemeinschaft und deren Betriebskosten und ein anderes Konto für die Reparaturrücklage der Wohnungseigentümer. Das heißt, wenn Sie eine Eigentumswohnung kaufen, müssen Sie eigentlich ganz klar nachfragen können, wie viel Geld ist zurzeit am Betriebskostenkonto und wie viel Geld gibt es in der Reparaturrücklage. Das ist aber von ganz, ganz großer Bedeutung. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Eigentumswohnung und das Gebäude, in dem diese Eigentumswohnung gelegen ist, hat einen schlechten Erhaltungszustand. Es beschließen die Wohnungseigentümer, wir müssen die Fenster machen, wir müssen das Dach machen, wir müssen die Fassade machen und die Fähr- und Entsorgungsleitungen sind auch schon kaputt, die müssten wir auch machen. Das Ganze kostet, sage ich jetzt einmal, 500 oder 600.000 Euro. Wenn nicht genug Geld in der Reparaturrücklage vorhanden ist, muss der Verwalter hergehen und das Geld bei den Wohnungseigentümerinnen absammeln und sagen, du, du hast 10% an diesem Gebäude, also zahl 10% von diesen 500.000 Euro ein, in unserem Fall wären das 50.000 Euro. Wenn also die Reparaturrücklage nicht ausreichend dotiert ist, können Sie geschwind einmal ein finanzielles Thema haben. Sie haben schon die Wohnung gekauft, dann haben Sie vielleicht auch noch eine schöne Küche und ein schönes Wohnzimmer gekauft und jetzt müssen Sie auf einmal noch einen bezahlen für die Reparatur der Fassade oder des Daches. Das heißt, immer auch bei jedem Vermittlungsvorgang, wenn Sie zum Beispiel als Makler tätig sind oder in der Verwaltung tätig sind, immer schauen, wie hoch ist die Reparaturrücklage. Apropos Höhe der Reparaturrücklage. Der Verwalter ist durch die Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes dazu verpflichtet, eine sogenannte angemessene Reparaturrücklage den Wohnungseigentümern vorzuschreiben. Das ist ein ganz schwieriges Thema, nämlich was ist angemessen? Das wird anders sein, wenn wir in einem Neubau sind und vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren nichts reparieren müssen oder wenn wir in einem Gebäude sind, das 1902 errichtet wurde und schon 114 Jahre hintersichert und jetzt repariert werden muss. Das heißt, der Verwalter muss sich diesen Bauzustand genau anschauen und nach Maßgabe des Bauzustandes die Reparaturrücklage festlegen. So als Daumenregel kann man davon ausgehen, dass eine Reparaturrücklage zwischen einem und zwei Euro pro Quadratmeter pro Monat halbwegs angemessen ist. Wenn das Haus aber natürlich einen ganz elendiglichen Erhaltungszustand hat, wird es viel zu wenig sein. Wenn es einen traumhaften Erhaltungszustand hat, kann es auch viel zu viel sein. Das ist eben Aufgabe des Verwalters, aber auch das werden wir sicher in einem gesonderten Video miteinander besprechen.